Musik Und da drüben gibt es ein Auto, alles gut gegangen, ein Eichmann fast in den Ball, aber alles gut, alles gut gegangen, mächtige Abflugtübeln. Musik Der Fahrer ist raus, alles gut. Angegen Sie dann auch mal in der Klasse Monik durch vorne. Und dann halt die Schwabre 7,97 gegen Pierre Schallet. Das sieht hier gut aus, das sieht man gerne. Weiter geht es schon mit der Top-Aberkarte. Hinterhandler ist dann Patrick Winske. Und jetzt sieht es so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.